So, wo finden wir denn jetzt hier mal so'n Retten? Der Bramann ist doch schon eingeladen. Wo seid ihr Bobs? Achso. Warte mal, ich hab uns jetzt noch mal zu einer Mission eingeladen. So, ist jetzt Quatsch. Na egal, lass die trotzdem machen. So, machen wir die trotzdem. Wird hier runtergeladen? Se Brammen, alles klar. 15.000 hab ich noch, ja das ist echt... Wieso darf man hier nicht mit Aktien handeln? Oder machst du das mittlerweile online? Ne, ist nicht, hab ich vorhin schon geguckt. Allerdings wollte ich mir vorhin was kaufen, wofür ich nicht die Kohle hatte. Nämlich hier diese schusslicheren Reifen. Und dann hat er mir gesagt, so du kannst jetzt, äh, kannst du die Kohle im Playstation Store kaufen. Also, ich glaub das geht mittlerweile. Oder der hat das einfach falsch angezeigt. Dort kann sein. Da wird mich nämlich mal interessieren, was, äh, wieviel das kostet. Junge! Du kannst mir ja vorhin in die Karre halten, du Wichser! Meine teures Auto! Du! Tschüss ihr Schöler! Meiner gefällt mir! Das ist gut. Wie viel hat denn deine gekostet eigentlich? 150.000, 155.000. Ah, okay. Blue Tuning. Also 600.000. Kann man bestimmt da reinstecken, so wenn man sich irgendwie von allem das geilste kauft Ja, das stimmt wohl Ich glaube, das wird sogar noch teurer Geht doch mal weg, ihr NPCs Wieso habe ich keine Musik? Erstmal die ganze Zeit meckern Wow, 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 fuck ja Oh, mehr Verkehr LKW Sütze dich, Bram So, rette Stanley Oder kommt ein Auto gefahren Da kommt ein Auto Oh, die schießen voll krass auf mich Oh, ich schieß aber voll krass auf die Kommt nur ein Auto Glaub ich sollte einsteigen Oh mein Gott, ich habe nicht mehr viel Leben Komm, fahr den platt Oh Gott Oh mein, in welche Richtung müssen wir In welchen Regen Achso, okay, das ist klar Hättest du den hier auch geradeaus durchfahren können? Die Tür ist aber mit Ich hatte gehofft, ich kriege den Typen Den habe ich eben schon mal rumgefahren, aber ich habe den leider nicht gekillt Ich hatte wie schnell ich kann, das ist auch wirklich, obwohl mir ein Reifen fehlt Oh, ouchi Hey, er macht halt schon da hinten noch Oh, nice Ist alles cool Hübs dich mal an kurz Oh Ja, weil wir hier rechts abbiegen müssen Ich habe nur noch ein Reifen Das wird auch angeschubst Oh, nice Turbo Boost wird gezündet, ey Weit, wo müssen wir denn hier hin? Peter? Schlag mal aus Okay Äh, warte mal, ich stecke jetzt nicht Oh, geht noch weiter Jetzt gucken wir mal tief in die Augen Wir müssen ja den Kanister mitnehmen Nimm mal alle einen Kanister mit Okay Einen Kanister? Ja, die Mission kennen wir doch, Bram Da haben wir noch einmal eine halbe Stunde bei zugeguckt Das ist die, wo wir jetzt die Autos zerstören müssen Oh, das stimmt Wo ist denn hier der Kanister, oder haben wir nur einen? Es gab, es gibt nur einen Überweil, wir haben Stanley noch dabei Scheiß auf Stanley Wieso sollte ich denn jetzt vorhin eigentlich aussteigen? Ja, weil ich dachte, dass jeder den Kanister mitnehmen kann Hey, Christian hat ja auch gemeint, wir sollen aussteigen Wieso solltest du mir mal in die Augen schauen? So, ah, verdammt Ist egal, wir haben eine Mission zu erfüllen Hier ist Zeit für Sex ist später So, da kam mir gerade einer mit dem Fahrrad angefahren und wollte mich abschießen Zerstöre die Fahrzeuge der Gang Ja, natürlich WTF Moment, ist das hier oben? Ja, ja Ja, ja Ja, ja Wir warten, muss der Zug mal hier dran vorbeifahren Alter, hat hier gerade einer eine Granate geworfen? Ne, aber hier ist ein Pass explodiert Ich habe gerade nicht viel Leben, ich muss mal kurz bedeckt bleiben Ich habe nur noch die Hälfte Einer kommt von hinten Was? Die lebt ja immer noch, die lebt immer noch Alter Da bin ich wegfährt Da bin ich wegfährt Was kann ist das? Ja, stimmt Oh Dann schieß mal drauf Oh oh Machst du da irgendwo ein Peng? Yes, Sir Nice one Irgendeiner ist über uns oder hier um der Ecke oder so Irgendwo ist hier auf jeden Fall nur einer Guck mal, man kann hier aufs Dach steigen Oh, da wartet nur einer auf mich Ungünstig Und da bin ich down Oh fuck, von hinten schon wieder Und von der Seite Könnt ihr nicht hier über die Tür Leute, ich werde mich down What the fuck? Sehr gut, wir sind absolutes Fro-Team Hey, 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 hey Bin ich gerade weggeschossen worden oder ist da irgendwen explodiert? Fuck Das machen wir nochmal, oder? Hat nicht geklappt Ja, ja, Sigi Wir haben eine Mission, das war aber fett Oh Achso, Wiederholung, ganz klar Das war schon richtig so Ich glaube, Peter Ist schon okay Wenn ich so eine Hupe hätte, würde ich nur noch rupen durch die Gegend fahren Ihr habt die Mission jetzt einmal mit Bram gemacht, wo wir den Typen hatten, der das nicht gecheckt hat Oh ja Und dann habe ich die nochmal alleine, ganz alleine gemacht Und wir haben es zu dritt verkackert Das ist so geil So, hier kurz Waffen, Munition kaufen Peter hat hier auch auf Leicht gespielt Alles klar Ja stimmt, ich habe die nicht auf dem Schwer gespielt, das ist richtig Der erwischt Ja, ihr dabei? Alles klar Nein Hallo da Jetzt konnte ich das Radio leider nicht ändern Nickel Wichser hat sie auf Google Plus hinzugefügt, alles klar Ja Dieser Nickel Vielleicht ist der davon nur mit seinem Nachnamen gebrannt, Marc, und du verarscht den jetzt Ja, dann wird mir das nicht mal leid tun Warum sind wir denn jetzt hier gespawnt? Was ist denn das für eine Scheiße? Meine Karte steht da oben Ja, meine auch Ja, meine auch Ja, ich habe den Kopf schießen Nein, 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 nein So, da macht jetzt Peng Da kommen die Autos, da kommen die Autos Leute, schnell ins Staff holen Ich bin außer Gefecht Ich bin außer Gefecht Habt ihr das Paket? Ich habe den Fahrer erschossen Ich habe unser erstes Leben schon mal verloren Ich habe den Fahrer erschossen Und eins Das Paket wurde zerstört Als gerade alles explodiert ist Oh Äh, ja toll, Dennis Peter war das Nee Wobei eventuell war ich das Nee, aber eventuell war ich das Weißt du, da sind da so Propangastanks, weißt du, und dann darfst du da nicht drauf schießen, oder was? Nee Vielleicht, vielleicht habe ich auch eins kaputt geschossen Achso Aber auch nur vielleicht Bunte Markierungen Ich war wieder absolut froh unterwegs hier Ja, aber das ist doch ansonsten auch langweilig Ja, stimmt Wieso darf ich das denn jetzt hier einstellen? Das stimmt, oder? Nein, Bram... Bram sagt, er kann auch mal jemand anders machen Muss ja nicht jemand die ganze Arbeit machen Das habe ich gesagt Bums Gogo Nummer drei Ja, alle guten Dinge, ne? Sind vier Ja Was? Das stimmt Oh Mann, das ist ja genau die gleiche Scheiße Ja gut, aber diesmal müssen wir ja nicht extra unsere Autos holen Doch, wir müssen doch dann direkt weg Natürlich, da kommen doch die Karren Und dann kommen Stanley Hier, rettest du Stanley So Dann hast du Stanley gerettet Und das Paket Dein Auto stand schon bereit Was für Mongos, ey Ja, alles, alles kript hier Habe ich im Vorfeld jetzt schon platt Wobei der kommt immer noch gefahren Mit dem kaputten Reifen Schade, warum der Stanley hier einsteigt Peter, du musst Dennis mitnehmen Ja, kein Problem Kein Problem Ah, läuft gut, du hast einen Viersitzer mittlerweile Hatte Peter den nicht immer schon? Ich hatte immer einen Viersitzer und eins, zwei Sätze Ernst? Peter hat mich grad getötet Aber nicht absichtlich Ja, ist aus dem Auto rausgeschleudert worden Watt, du wurdest aus dem Auto rausgeschossen? Der über zwei Oh meinseit, ich hab hier echt ein Problem Bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da Mach's jetzt schon mal Christian Zero Problemo Jetzt ist unser erstes Teamleben wegen Brams Inkompetenz schon wieder weg Mutter ist gleich weg Laufen, laufen, laufen Ist klar Paket wurde abgeliefert Jetzt darfst du nicht den Tank da vergessen, ne? Zum Autos anzünden Bis der einzige von uns der da vor Ort ist Ich hab auch einen Ich hab auch einen Ja, ich hab den Kanister Ja, ich hab den Kanister Romrom Das schaffen wir jetzt Obwohl da ne ganze Menge Gegner kommen und da ploppen wir immer wieder neue auf Das fand ich nicht so heiß Ja, dann müssen wir auch mal mega sneaky vor sich das nehmen Ja, wenn da neue aufploppen Unter allem kommen Oder was ist das denn? What the fuck? Da ist grad ein Auto auf mich zugefahren Wie ein Berserker Macht ne Vollbremsung Ne 180 Grad Drehung Und fährt jetzt normal weiter Wie verrückt die Himmelsstecker Oh verrückt der Alter von hinten Da ist ein Auto gekommen Gut Hahaha Wie der geflogen ist Pilsmeet wurde vom Bram erledigt Was? Da stand ein Pilsmeet Ein Gangmitglied wurde vom Bram erledigt Und dann steht da Achso, das sind die Gangmitglieder von dir Oh, ok Was hat er denn da vor? Das ist eigentlich der Typ, den wir ver... Wieso kann ich hier nicht auf den schießen? Ja, ihr könnt mich hassen Peter ist gestorben Was hat er denn jetzt gemacht? Der ist hier rüber gesprungen War nicht sneaky genug auf meinen So, Kanister auswählen Oh fuck, fuck, fuck Kanister auswählen Lassen wir mal Nein, nicht da! Oh! Oh! So, Kanister auswählen Wie war das denn noch? Zielen quasi und schießen, oder? Ich sehe aus meiner Kameraperspektive Zwei, die bei den Autos sind Die ihr danach killen müsst Einer kommt nachher Der ich nicht mehr kennen Ja, wie sieht's aus, Christian? Machst das Ding hier? Ja, ja, da, da, das Blatt brennt da Ja, da brennt er schon, ok Fuck, jetzt nicht mehr Explosionsrallye stehen Okay, das hat scheinbar nicht genug gebrannt Cool, die haben alle, die haben alle Geld dabei Das hat scheinbar nicht genug gebrannt Die Karre steht hier noch Ja, dann schieß er noch ein paar Mal drauf Ja, dann schieß er noch ein paar Mal drauf Ja, dann schieß er noch ein paar Mal drauf Ja, dann schieß er noch ein paar Mal drauf Ja, dann schieß er einfach auf den Benzinkanister, der an ihm steht Alles klar Badutz Gibt das noch was? Hammer, das hat auch nicht die Karre gesprengt Alter, was ist das denn für ein Auto? Hast du deinen kompletten Benzinkanister leer gemacht? Nee Der brennt Der brennt Der brennt Damit war knapp So So Wo sind die Bogos hier? So, weiter geht's Ach, jetzt kommen da erst wieder neue Ja, eben Alter, da stehen Neue Da stehen drei Leute Oh, welche Deine Gast ist doch auch einer Warum hast du den? Ja Blut ist Alter, da kommen noch einer Da kommen noch einer Da kommen noch drei Da haben sich mittlerweile drei Leute verschanzt War richtig gut geschossen Könnte da wieder einer von hinten, oder? Ja Leu Wie viele sind hier denn? Ja, da haben sich einige verschanzt Links noch einer Down Nein Die wurde auf dem Radar nicht angezeigt Oh leu Dann wird dir die Mangel genommen Ich hasse, dass das da immer von hinten welche aufploppen Links Christian, links Christian Ja, ja, ja Rechts Oh Was war das denn? Das ist schon wieder irgendwann explodiert Ok, jetzt machen wir das aber, wa? Ehrlich gesagt, da habe ich gar keinen Bock drauf Aber einmal können wir das noch probieren Einmal können wir dann auch Dann wird's halt Ich glaube ich bin bald für Peter knapp, oder? Ja Nö Nicht? War da nicht jemand um 17 Uhr? Ja, um 16 Uhr Ja, um 16 Uhr, oder? Fertigmachen und so? Oder muss das alles nicht? Dann habe ich schon mit einberechnet bei der 17 Uhr Achso Ok Es muss nämlich um 19 Uhr in Düsseldorf sein, aber das kriege ich dann hin Echt mal, also wenn ihr Bock habt heute Abend um 19 Uhr in Düsseldorf, ja? Richtiger Party Ähm, Club Pete's Meat Das ist wieder an der Stange Vor allen Dingen, weil der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf jeden Fall auch der Zeitpunkt der Aufnahme ist Ja, deswegen, also heute Abend Ja Ja Lass mal hier Muni kaufen, äh Voll eklig, wenn man so ein Mikro wirfst, ey Weil sie das immer machen, keine Ahnung haben Echt Oh lol, das steht doch dritt bei, ey Ja, wie kann das denn? Ich dachte, ihr wird schon da Nur da Äh, ne, jetzt bist du da Kann diese Wix-Mission 87% die Gewertung haben Ja, die ist halt noch schwerer, also Weißt du, vorher noch, die Mission ist viel zu leicht, weißt du, bla 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 Jetzt, oh, die Mission ist voll schwer Wenn hinter dir laufen Typen neu aufplöppen, weißt du Die dann in den Arsch ballern Und du ungefähr 10 Schuss aushältst Molda, ich muss in mein Auto Jetzt hör mir noch einen Schuck auf, fick dich Ich kann von hier aus den ersten Wagen aufhalten, der gleich kommen wird Toll Loll, ich bin tot Ich hab ein Headshot gekriegt Alter, ich stand sogar Deckung an der Wand, ey, what the fuck Loll, wieso schießt er denn jetzt auf mich? Ich bin auch tot Wat? Wer hat mich denn getötet? Ich will echt nicht sagen, aber ich bin auf den Gleisen gespawnt, unter dem Auto War das nicht Riley, den man retten muss? Ich glaub, der hat auf mich geschossen Ja, du machst das oder was? Ja, guck mal, da steht doch normalerweise, rette Riley, der hat auf mich geschossen Ich hab das Paket aber noch nicht Ja, der ist natürlich frech von denen Vielleicht hast du zuerst geschossen Der ist der Paket Folg mir Ne, du musst noch was aufsammeln Aber was denn? Weil ich bin dann irgendwie totgelaufen Da, jetzt wurde das Paket eingesammelt Ja, ist klar Aber wir gucken uns das mal an Minimal das hat Ja Das sieht doch gut aus Gucken wir jetzt einsteigen? Ja, kein Fall Aua Da fallen die Mongos Sag, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Audi Wat? Kennst du? Irgendwie schon so von hinten Aber wie der alte, nicht wie der neuer Der alte Runde A4 zum Beispiel Irgendwie so Ich geh grad vor dem Monsterleck, ey Ich auch Hat schon Sorge Ich saß einfach so in der Luft Und dann Autos weiter gefahren Die geile Cinematic Cam hier Oh, da ist Peter Ups Der sieht von hinten aus wie ein, wie ein Aston Martin Dieser Kleine Aber mein Auto ist nicht klein Die Karre sieht generell aus wie ein Aston Martin Ja, aber die, die kleinste Version davon So, da ist Nougat schnitten Pete Der gibt den anderen Nougat schnitt jetzt der Dope Und holt den Kanister ab Ich glaub den Kanister hast du schon, ne? Jetzt ja Ich hab zum Beispiel von der letzten Mission auch die AK behalten Ah, das ist natürlich nice Ja, mit 15 Schuss 15 Tote 18 Ja Ja Ey, ihr müsst das jetzt machen, ne? Ja, wir machen das jetzt auch So, wir machen das jetzt auch So, wir stellen uns hier hin Ganz vorsichtig, Feder Frem, vorsichtig Fuck, wieso komm ich nicht hinter dich? Ah, geht doch Wir sind dann jetzt hinter uns, Bram Der down? Der ist down Okay, perfekt Ah, nicht die... Da kommt noch was von hinten, Bram Da ist... Über euch ist einer, ne? Der ist down Okay Irgendwie komm ich nicht gescheit hinter euch Ich kann von hier aus anvisieren So, hier, voll cheetern wir jetzt durch den Zaun durch Geht das? Ja, ja Das hab ich eben offenbart Ja Aber geil Der ist weg Aua, 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 aua Na da Oh, Peter, Peter, du stirbst gleich Oh, stimmt Nein Hast du denn, äh, eigentlich Neben dem Kanister auch die, die Panzerung eingesammelt? Die Panzerung hatte ich eh für den Job gekauft So, ja, ich hatte eben nur zum Beispiel nicht mehr volle Panzerung Gucken wir mal, ob da was von hinten kommt beim Bram So, wo ist der Typ denn? Ich seh den nicht Vielleicht kann ich nochmal da drauf schießen Guck mal, wie das Feuer da durchgeht Ja, ist okay Na komm Hatte man nicht mal gesagt, wenn man mal den Karren auf den Tank schießt, gehen die auch hoch, aber ich seh bei der gar keinen Bei mir sieht das so aus, wenn du so zuguckst, sieht das so aus, als bräuchte Bram für jede Überlegung so eine halbe Stunde Ja, ja Rumstehen Aber ich glaub, das Feuer reicht nicht Ah doch Ey, der ist schon hochgegangen Echt jetzt? Das Feuer jetzt ausgegangen? Wollte mich verarschen? Äh, bei mir hat halt auch eben nicht geklappt Ich glaub, du musst halt so richtig mit Benzin einschmieren Ah, so sieht sie gut aus Mach da normalerweise immer so eine Runde mit Benzin drumrum, da gehen die auf jeden Fall hoch Ja, das stimmt Durch das Döcherblut Ja genau, brauchst du für die anderen Autos auch noch ein bisschen was Ja, das hat funktioniert Jetzt brennt der Motor Ja, komm mal, bumm Dann Ich geh noch einmal hin Ja, jetzt Jetzt, jetzt Jetzt können wir neue, wa Ja Genau So, erstmal hier die beiden Spastis Oh, der wird auf mich geschossen Kannst du nicht obendrauf? Kann ich mich hinter dem Auto verstecken? Da hat sie noch die Reifen vom Auto. Da kommt rechts einer angelaufen. Da kommen jetzt mehrere auf dich zu. Von links kommen die jetzt auch sofort. Drei Stück sogar. Nächste jetzt rechts von dir, genau. Hinter dir, hinter dir! Was ist der denn her? Wir sind so scheiße. Ja sag ich ja, der ist einfach hinter dir gespawnt. Warum spawnt der hinter mir? Oder ist der da rübergeklettert? Über den Zaun ist der geklettert. Oh ok. Badass fucker. Ja ok, haben wir halt eine Vision die wir nicht schaffen, weil wir scheiße sind.